Die deutsche Nationalmannschaft ist überraschend stark in das Jahr der Heim-EM gestartet, indem man mit 2 zu 0 im Testspiel gegen Frankreich gewinnen konnte, wobei nicht nur das Ergebnis gestimmt hat, sondern vor allem auch die Leistung, die ich in diesem Video inklusive der Taktik von Julian Nagelsmann mal ein bisschen näher beleuchten möchte. Und ich denke ihr habt das Spiel gesehen oder zumindest die Highlights, denn der Start war natürlich schon perfekt und hat das Spiel dann auch auf die Seite Deutschlands gelenkt, war aber auch stark einstudiert. Klar bedeutet das nicht, dass es auch immer direkt klappen muss, in dem Fall hat es aber geklappt. Und zwar war es hier so, Anstoß Deutschland, Havertz spielt auf Groß, Groß täuscht erstmal so ein bisschen an, dass er nach hinten spielt, dreht sich dann doch auf. In der Zeit ist Havertz aber direkt auf die Abwehr von Frankreich zugelaufen, hat mit seinem Laufweg Pavard, der in dem Fall rechter Innenverteidiger gespielt hat, mit sich mitgezogen, ist da so ein bisschen nach außen und hat somit im Zentrum den Raum für Wirz geöffnet, der eben nach innen gezogen ist und dann mit dem Ball, der von Groß auch gut kommt, auf die Abwehr Frankreichs zulaufen konnte und dann eben nicht angegriffen wurde. Der Rechtsverteidiger Koundé war so ein bisschen unsicher, zieht dann wieder weg und dementsprechend hat er freie Schussband, trifft ihn perfekt und markiert das schnellste Tor der deutschen Länderspielgeschichte. Schauen wir mal, was Deutschland im Ballbesitz gemacht hat. So war es, wenn Frankreich mal hochgepresst hat, was eigentlich echt selten der Fall war. Meistens waren die in einem Mittelfeldpressing oder noch tiefer. Dann hat man es in einem 4-2 aufgebaut, wie eben auch die Grundformation war, mit Groß und Andrich als Doppelsex vor der Abwehr. Weiter vorne hingegen ist Groß dann meistens halblinks in einen Dreieraufbau abgekippt. Also neben die zwei Innenverteidiger, Tava dann zentral, Rüdiger rechts und Groß links. Dadurch konnten dann die Außenverteidiger mit Kimmich rechts und Mittelstädt links höher schieben und dann auch die Breite besetzen. Die weitere Struktur sah dann meistens folgendermaßen aus. Andrich war dann meistens der alleinige Sechser, dadurch dass Groß abgekippt ist und davor hatte man dann mit Gündogan, Musiala und Wirz eigentlich drei Spieler zwischen den Linien und Havert zwar nicht drin als mobilen Stürmer. Da gab es mehrere Szenen, die ich euch jetzt hier einblende. Das hat sich eigentlich immer klar so formiert und war recht gut zu erkennen. Genaueres zum Offensivspielen in der Formation dann später noch. Jetzt erstmal der weitere Matchplan. Und zwar hat man gegen den Ball, also wenn Frankreich den Ball hatte, ist relativ konsequent in einem 4-4-2, ziemlich klassisch verteidigt. Sehen wir hier eigentlich auch ganz gut. Dennoch hat man nach dem guten Start so ein bisschen den Faden verloren und einige Chancen zugelassen. Nichtsdestotrotz hat der Einsatz in der ersten Halbzeit definitiv gestimmt. Also man hat sich überall reingeworfen, da konnte man wirklich nichts dran aussetzen. Da waren wirklich mal Verteidigungsmonster auf dem Feld. Und dieser Einsatz wurde dann in der zweiten Halbzeit mit einer noch besseren Kontrolle im Ballbesitz gepaart, weshalb man das Spiel dann eigentlich komplett dominieren konnte. Frankreich hat dann zwar die Riesenchance, wo Mittelstädt fast das Eigentor macht, aber ansonsten kam eigentlich gar nichts von Frankreich. Deutschland wurde mit der Zeit immer besser und besser und hat das Spiel eigentlich komplett kontrolliert. Zusätzlich zu dieser Kontrolle, für die vor allem Toni Kroos verantwortlich war, blitzte immer wieder die Spielfreude von einem Wirz und Musiala auf. Exemplarisch dafür ist das 2 zu 0, da baut man wieder in dieser Struktur auf und verlagert das Spiel dann auf Wirz, der nach innen zieht und dann einen perfekt getimten Pass hinter die Kette auf den eingelaufenen Musiala spielt. Musiala ist dementsprechend durch, lässt den Torhüter mit Samba stehen und bedient dann den mitgelaufenen Havertz, also wirklich ein perfekt rausgespieltes Tor. Der Matchplan ging tatsächlich umso besser auf, desto länger die Spieler auf dem Feld standen. Die Struktur hat es mithilfe der Außenverteidiger ermöglicht, Frankreich in der letzten Linie mit 5 oder je nachdem sogar 6 Spielern zu überladen. Dabei rotierten die 4 zentralen Spieler, also Havertz, Gündogan, Wirz und Musiala auch häufig und je nachdem wo der Ball war, also hatte man den Ball rechts, dann haben sie häufig auch auf rechts, also der ballnahen Seite, die Franzosen überladen, also dass da wirklich mehrere von den recht freien Kreativspielern auf die Seite gegangen sind. Dementsprechend hatte man da meistens eine Überzahl, so auch in der Situation und auch hier zeigt sich erneut, wie gut und fluide man zu spielen imstande ist, wenn sich gewisse Mechanismen vertiefen, was ich über den Verlauf des Spiels schon gewissermaßen gesehen habe. Also ich fand schon, dass es mit der Zeit immer besser wurde und falls man das über die nächsten Spiele fortführen kann, wäre das echt schön zu sehen. Also hier in der Szene gab es zunächst mehrere Rotationen, das ist eigentlich auch schon mal positiv hervorzuheben. Dementsprechend hat es Frankreich schwerer zu verteidigen. In dem Fall ist Rüdiger, der weiß markiert ist, in der Breite, Andrich, der grün markiert ist, als rechter Innenverteidiger im Dreieraufbau und Kimmich, der rot markiert ist, ist zentral als Sechser vorzufinden. Nach einem zuvorigen Doppelpass mit Kimmich spielt es Andrich hier gut aus. Man nutzt Third-Man-Play, also man spielt es über den Dritten, in dem Fall mit Thomas Müller, der kurz kommt aus, der dann auf Kimmich klatschen lässt. Kimmich hat dann ein bisschen Platz und spielt raus auf Mittelstedt auf der linken Seite, der zuvor schon das von Nagelsmann häufig genutzte Prinzip der minimalen Breite umgesetzt hat, also dass er schon im Vorlauf der Situation nicht ganz außen, nicht ganz breit außen an der Seitenlinie positioniert war, sondern relativ nah der Spielfeldmitte. Dadurch ist er, wenn er den Ball erhält, schon mal näher am Tor und kann direkt mit Zug aufs Tor und dann den Abschluss suchen, der hier leider wie einige Szenen in dieser Phase stark von Sombat pariert wurde. Zudem muss man sagen, hat dieses Prinzip der minimalen Breite nicht nur mit dem Ball geholfen, sondern vor allem auch gegen den Ball. Ich habe jetzt keine spezifische Szene, aber im Gegenpressing war man auch relativ stabil, dadurch, dass eben die Spieler nicht so weit auseinander platziert sind, sondern relativ eng, ist man auch nach Ballverlust dementsprechend enger am Gegner, kann besser ins Gegenpressing gehen und so auch je nachdem den Ball besser zurückerobern. Alles in allem war die deutsche Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit erschreckend gut und überlegen, also gar nicht negativ gemeint, aber ich habe damit einfach nicht gerechnet und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, vor allem auch die EM im eigenen Land. Wie nachhaltig dieser Erfolg ist, wird sich aber dann erst gegen Gegner vom Kaliber Türkei-Österreich, gegen die man jetzt nicht gut aussah zuletzt, beziehungsweise Schottland-Ungarn zeigen, die in der Gruppenphase Gegner von Deutschland sind und schon nochmal eine andere Spielweise wie Frankreich an den Tag legen, also extrem eklig verteidigen, sei es wenn sie pressen oder auch wenn sie tief verteidigen, da ist Frankreich schon nochmal eine andere Mannschaft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich beeindruckend, den Vize-Weltmeister so in Schach zu halten und gegen den Ball vor allem in der zweiten Halbzeit so wenig zuzulassen. Das soweit meine Analyse zum Deutschlandspiel gegen Frankreich, schreibt mir gerne eure Erkenntnisse, eure Meinungen in die Kommentare. Zum nächsten Spiel gegen die Niederlande wird wahrscheinlich auch wieder was kommen, also bleibt gespannt, abonniert und liked gerne, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!